Musik Am 2. Oktober 2020 veranstaltete das Sächsische Eisenbahnmuseum in Chemnitz-Silbersdorf wieder eine Nachtfoto-Veranstaltung. Musik Normalerweise hätte die Veranstaltung im Zuge des Heizhausfestes stattgefunden. Aufgrund der Corona-Auflagen hatten sich die Organisatoren dazu entschieden, im kleineren Rahmen die Dampftage am Schauplatz Eisenbahn stattfinden zu lassen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Durch die geringere Teilnehmerzahl kam jeder der Fotografen dazu, sein Motiv abzulisten. Die Atmosphäre war ruhig und freundlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Zusammenfassend betrachtet kann die Veranstaltung als sehr gelungen bezeichnet werden.